ja nächste programmvorschau am stadt am 17.01.2023 bin mal wieder gesperrt auf dem haupttrailer kanal bei youtube egal wird dann abgespeichert und kommen dann wieder en bloc raus die ganzen links und bei aller erdenklichen schlimmen beschissenen scheiße durchaus auch mal hier eine positive meldung aber der rest zieht ein oder kann einen dann natürlich auch wieder ein bisschen herunterziehen insofern habe ich jetzt auch wieder nichts großartig erfreuliches aber das ist trotz alledem was cooles und könnt ihr dann gerne schauen wieder bei vk beat shoot odyssey oder ramble und die sich ja dann einfach ihren lieblingskanal aussuchen ist ja schon trotz alledem immer ein bisschen da ist dann mal bei beat shoot weniger dann dann ist dann auch mal wieder bei ramble mehr und bei vk und also sind dann schon wirklich unterschiedliche menschen mit unterschiedlichen ja vorliegen ich nenne es mal so ja und dann vielleicht bis gleich tschüss